Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pizza Connection 3 mit mir der Werner Hallo Guten Tag und Mahlzeit. So, es sieht folgendermaßen aus. Wir haben immer noch Schulden hier oben und wir müssen gucken, dass wir aus den Schulden rauskommen. Jetzt ist meine Überlegung tatsächlich, bzw. müssen wir mal nachschauen. Finanzen hier. Wo brauchen wir denn am meisten Geld? Okay, das heißt, wir haben Angestellte, frisst halt sehr viel Geld, klar. Möbel waren sehr teuer, aber das war eine einmalige Sache. Erstmal. Das heißt, eigentlich passt das. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Kunden. Okay, das müsste jetzt auch alles laufen. Ich bin in der Hoffnung, dass sich das Ganze selber finanziert, aber wir müssen mal schauen. Kann ich die nicht auch auf die Karte nehmen? Oder ist die schon drauf, die Touri-Pizza? Äh, warte mal. Ah, okay, ich verstehe. Warte, 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 warte. Dann mach mal die hier weg. Und dann mach ich dir für die Touri drauf. Geht das? Ah, die Touri war nicht drauf. Das ist das Problem. Okay, das heißt, du kannst noch maximal 10 Pizzen haben. So ist es richtig. Den Wettbewerb dürfen wir nicht außer 8 lassen. Drei Touristen haben wir schon gefüttert. Gruff, dies brauchen wir noch. Okay. Und wir müssen aus den Schulden raus. Was hat der für ein Problem? Nicht so begeistert davon. Okay, läuft. So, der Betrieb wird wieder aufgenommen. Türen werden geöffnet. Hier ist irgendjemand. Ich weiß nicht, wer das ist. Die hat irgendwie, hat die einen, weiß nicht. Irgendwie läuft das nicht so gut bei ihr. Äh, wir spulen mal ganz kurz ein bisschen vor. Kann ich das auch hier mitmachen? Oh, du kannst auch mit den Tasten vor spulen. Geil. So, hier ist was los. Jetzt kommt es drauf an. 6.000 haben wir Minus. Okay, aber warte ein bisschen. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Okay, wieder zwei Kunden abgefrühstückt. Läuft. Personal sieht erstmal genug aus. Jetzt haben wir es. 10 Uhr. Das ist halt nix los, ne? Jetzt geht es wieder los. 13 Uhr. Kommt wieder ein bisschen Geld rein. 5.000. Ja, es kommt immer wieder Geld rein, aber die Frage ist, ob das reicht. Keine Pizza. Warum hast du keine Pizza? Wir haben keine Kommentare. Ich muss das zuweisen, aber das ist zugewiesen. Also, das ist eingetragen. Guck mal. Läuft. Das muss hier rein. Weißt ja nicht, wo die Leute unterwegs sind, ne? Aber... Giano, repeat, dir irgendwas. So, ist das die hier? Das ist genau die Pizzeria. Genau die Pizzeria ist das. Jetzt haben wir später keine Sachen hier, ne? Das ist doch anstrengend hier. Ohne Witz. Es werden zwar drei, vier Pizzen serviert, ne? Aber... Wir bräuchten dringendst wieder... Da kommt einer mit Zutaten. Wo kommst du hergelaufen, Alter? Weiß nicht, von wo die kommen, ey. Ja, hier ist auf alle Fälle was los, ne? Hier ist ja richtig was los. Krass. Wir können jetzt leider auch nichts entwickeln oder irgendwas, weil wir haben einfach kein Geld. Die Frage ist, ob wir uns was leihen können, weißt du? Das wäre möglich, dass wir uns was leihen könnten. Ah. Wir könnten noch mal reinvestieren. Verfügbare die... 50.000. Ich würde sagen, wir nehmen die 50.000. 50.000. So. Da. Und wir sind schon wieder flüssig. Äh. Ich glaube, dass sich das einpendeln wird. Ich hoffe, dass sich das einpendeln wird. Aber ich möchte vielleicht auch jetzt zwei, drei Sachen mal entwickeln, damit wir vielleicht irgendwie besser vorankommen, weißt du? Foodtruck. Ich bin eigentlich ein großer Freund dieses Foodtrucks. Der kostet 10.000, ne? Das ist schon krass. Aber wir machen das einfach mal jetzt. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wir sind aus den Schulden raus. Okay. Okay. Äh. So. Lass mich mal schauen hier. Hier ist... Also wenn ich hier... Wenn ich... Ich würde hier irgendwo hier einen Foodtruck auftellen, ne? Der würde laufen wie Hulle, glaube ich. Das ist halt so ein Gebiet, das ich jetzt gerade gesehen habe, ne? Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Das weiß ich immer noch nicht. Aha! Wir können den Lieferanten wählen. Und zwar... Das war teurer, ne? So. Ist das jetzt besser? Bekommen wir jetzt bessere Qualität? Könnte natürlich sein, ne? Wir haben die Hütte voll und wir haben keine Rezept... Äh, keine Zutaten. Ich flipp aus hier. Ohne Witz. Warum ist das so? Einer der Warnhäuser sind keine Restaurants zugewiesen. Was? Hier. Zugewiesen. Beliefe der Restaurants. Läuft. Weißt du? Ich kenne tatsächlich das Problem. Ich kenne das Problem nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich habe ein Lagerhaus. So. Was ist, wenn ich das kündige? Das Mietverhältnis kündige. Nein, möchte nicht. Ah! Oh, nein! Höre ich jetzt? Da muss ein Häkchen drin sein. Oh, wow. Das habe ich nicht gewusst. Ah. Okay. Egal. Egal. Da kommen die ersten Zutaten rein. Hoffentlich. Dann kann er gleich wieder weitermachen. Ja, jetzt läuft's. Ah, da muss ein Häkchen... Das habe ich nicht gewusst. Okay. Egal. Egal. Wir schaffen es auch so irgendwie. Ja, jetzt kommen Zutaten rein ohne Ende, ne? Läuft. Gut. Ähm, ja, theoretisch ist es halt nicht okay. 127 Stunden. Wir haben jetzt mal sechs Stück gemacht. Sieben, acht, neun. Ja, das könnte vielleicht länger dauern, aber gut. Was ist hier? Haben wir kein... Haben wir keinen Kellner? Doch, wir haben einen Kellner. 12 Uhr, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder los? Also, wir haben 0 Uhr deswegen die Statistik. Alter, wir haben einen fett Minus gemacht, ne? Ist eigentlich unser Foodtruck schon fertig? Ich setze ja sehr viel in den Foodtruck, muss ich sagen. Was ist hier los? Warum dauert das so lange? Ah, abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Äh, wie läuft das mit dem Foodtruck? Ah, hier, guck mal. Ich möchte einen nehmen, einen Foodtruck. So. Position. Ich hätte gerne eine andere Position. Hier wäre nicht schlecht, ne? Was macht der? Außer Betriebsstätte, okay. Backstube. Können wir da nicht die vorhandenen Rezepte einfach einfügen? Geht das? Ja, die nehmen wir doch einfach. Was ist das Problem jetzt hier? Läuft, dann gehen wir hier raus. Ja. Wir müssen nur die Menükarte anpassen. Das ist aber kein Problem. Menükarte. Und da schieben wir halt hier rein, hier rein, hier rein. Die Turi 1. Wir machen noch weitere Pizzen. Keine Sorge, ne? Das machen wir auf alle Fälle noch. Wir können hier... Ah, den Foodtruck können wir nicht beliefern lassen, ne? Ach, der hat geschlossen. Okay. Ich möchte gerne, dass du aufmachst. Geht das? Hier ist halt richtig was los, ne? Wir spulen mal ein bisschen vor. Und wir sehen, der Foodtruck hat immer noch geschlossen. Warum? Wir haben keine Zutaten. Kann man nicht? Ah, das geht aber nicht. Okay, wir müssen uns tatsächlich selber das Zeug holen, oder wie? Lager verwalten. Achso. Geht das nur, dass wir... Ist das wirklich so, dass das nur eine Sache, äh... Waren, okay. Wir haben keine Waren hier drin. Ist das wirklich so, dass du nur von einem Warenhaus für eine Filiale haben kannst, oder? Stell ich mir noch... Stell ich mich nur sehr blöd an. Die hat Waren genug, ne? So, wir haben keine Waren im Haus. Äh... Ich hätte gerne... Also, ich kann hier aber den Foodtruck nicht auswählen, was, ne? Verbleibende Zutaten 90%. Das heißt, theoretisch, äh... Wäre das noch möglich, ne? Das war hier zwei beliefern. Wir haben momentan geschlossen, wie ich gerade sehe. Okay. Ja, der Foodtruck wäre tatsächlich jetzt, äh... Da. Lass mal kurz überlegen. Bewegen brauche ich ihn nicht. Die Waren. Es schaltet an den Waren. Wir werden jetzt mal einen ganz kleinen Test machen. Der weiß jetzt wahrscheinlich, wie das sehr teuer sein wird. Aber wir müssen das jetzt einfach machen. Wenn ich jetzt das hier pachte, okay? Kann ich nur das auswählen. Kündigen. Das brauchen wir nicht. Ich muss gucken, wo ich die Ware... Wo ich Ware für diesen Wagen hierher bekomme. Das ist momentan sehr wichtig. Ist das so, weil er geschlossen hat momentan? Wann hast du noch mal offen? Von drei bis zwölf Uhr. Müsste eigentlich nicht sein. Warte mal. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Gehen wir mal so hin. Von sechs Uhr weg, okay? Sprüge mal ein bisschen vor. Sechs Uhr. So, jetzt müsste er nicht offen haben, ne? Aber er sagt, er hat keine Ware. Hier haben wir auch wieder geöffnet, ne? Das läuft. Also hier, ja, bin ich eigentlich einigermaßen zufrieden. Sagen wir es mal so. Aber... Ich kann es auch nicht aufwerten, weil für das Aufwerten müsste ich wahrscheinlich das hier alles machen. Und damit ich das hier machen kann, weißt du? Lagerhausgröße 2. Da müsste ich das erst erforschen. Ich habe drauf gemacht. Warum tue ich denn sowas? Ich habe gedacht, ich muss erst diese Reihe entwickeln. Und dann kann ich jetzt die nächste Reihe entwickeln. War ein Fehler von mir. Ich glaube, dass wir in einer Woche oder zwei vielleicht ein neues Safe Game starten werden. Mit allen Sachen, die wir mittlerweile wissen. Wo waren wir jetzt hier? Ne, hier waren wir nicht. Wo haben wir denn unsere Imperium jetzt aufgebaut? Wäre jetzt doof, warte mal. Hier. Da wäre ich nicht schlau draus, ehrlich nicht. Die Marktforschung muss ich auch entwickeln, damit ich weiß, wie zufrieden die Leute sind. Verstehe ich. Okay, alles klar. Lager verwalten. Ich möchte es verwalten. Ich kann es aber nicht verwalten, weil nichts da ist. Schwierig. Sehr schwierig. Das Problem ist, du weißt nicht, woran es scheitert. Das ist das ursprüngliche Problem. Okay. Nicht so schlimm. Wir können jetzt mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr hier besser machen können. Hier ist nichts los. Also es ist um 8 Uhr morgens ist wohl nichts los hier. Das ist halt einfach so. Personal. Oh, jetzt hier. Was ist los? 10 Uhr. 10 Uhr und die Hütte ist voll. Okay. Jetzt müssen wir auch ein bisschen Profit machen, glaube ich. Wir haben zwei Kellner hier. Wir haben zwei Köche hier. Das Lager ist voll, also momentan. Ich glaube, es muss auch ein bisschen laufen hier. Die haben keine Pizza bekommen und die haben keinen... Wir brauchen noch mehr Kellner um die Uhrzeit. Wir brauchen mehr Kellner. Und zwar brauche ich das hier, Servicekräfte. Jetzt haben wir es zwischen 11. Das heißt... Warte mal, gehen wir weiter runter. Ja, ich brauche hier noch jemanden. Da muss auf alle Fälle noch einer her. Das geht nicht anders. Da ist die dritte jetzt. Jetzt ist es zu spät, aber für den nächsten Tag haben wir es hier auf alle Fälle schon mal hier. Gucken wir mal, wann es wieder weiter geht hier. Das ist immer so Stoßzeit mäßig, ne? So, da kommen jetzt zwei, drei Leute. Jetzt haben wir schon wieder keine Zutaten hier. Was soll das denn los hier? Der Weg ist so kurz und trotzdem, ne? Hä? What? Jetzt hat er geöffnet. Aber nur bis 15 Uhr, weißt du? Zeigt immer noch an, dass er geöffnet hat. Okay, komisch, 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 komisch. Ah ja, die nehmen sich eine Pizza hier mit, ne? Und hier läuft auch, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns erstmal gut sein für heute. Ist momentan... Wir müssen uns aufs Abendgeschäft, müssen wir noch warten. Jetzt geht's wieder los, ne? Also abends ist die Hütte voll. Da kannst du ja machen, was du willst. Stopp. Warte mal, wir müssen jetzt nochmal was gucken hier. Äh, ja, wir haben keinen Kellner. Das hab ich mir jetzt grad gedacht. Brauchen noch mehr Kellner hier. Jetzt haben wir 20 Uhr. Da muss auf alle Fälle noch jemand kommen. Weil sie schafft das nicht alleine. Keine Chance. Da kommt die Nächste drum. Da gehen immer mehr Leute. Wir brauchen zu den Stoßzeiten, brauchen wir mindestens noch ein oder zwei Kellner. Das geht nicht anders. Gut. Aber wir gucken uns das, äh, übermorgen weiter an. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.